Beim Betrachten eines fallenden Tennisballs fällt auf, dass er immer schneller fällt. In der Stroboskopaufnahme sieht man die Position des Balls im Abstand von jeweils 0,1 Sekunden. Zeichnet man hier die Geschwindigkeitspfeile ein, so wird der Pfeil in jedem Abschnitt länger, also das Tempo größer. Die Erd- oder Gravitationsbeschleunigung ist an der Erdoberfläche überall ungefähr gleich und wirkt zum Erdmittelpunkt. Daher zeigen hier alle Geschwindigkeitspfeile in Richtung Erdmittelpunkt. Betrachten wir die Pfeile genauer, so sehen wir, dass die Pfeile immer um denselben Wert verlängert werden. Die Erdbeschleunigung bewirkt eine Geschwindigkeitszunahme Delta V. Die Gravitationsbeschleunigung ist daher eine gleichmäßige Beschleunigung. Aus den Stroboskoppildern können die Positionen des Balls anhand des Maßbands bestimmt werden. Die oberste Position, aus der der Ball fallen gelassen wird, befindet sich an der Oberkante des Bildes. Bis zur untersten sichtbaren Position fällt der Ball 1,68 Meter tief. Da der Abstand der Stroboskoppilder 0,1 Sekunden beträgt, vergehen 0,6 Sekunden bis der Ball die unterste Position erreicht. Aus diesen Positionen lässt sich mit Hilfe der Formeln für gleichmäßig beschleunigte Bewegungen die Erdbeschleunigung g annähernd bestimmen. Die Formel für den Weg, den ein gleichmäßig beschleunigtes Objekt zurücklegt, kennen wir aus der letzten Einheit. Wir formen sie um, um g zu erhalten. g ist gleich 2 mal s dividiert durch t zum Quadrat. Nun setzen wir die ermittelten Daten ein. Der Tennisball ist eine Strecke von 1,68 Meter gefallen, dafür benötigte er 0,6 Sekunden. Damit ergibt sich der Wert 9,33 Meter pro Sekunde Quadrat für die Erdbeschleunigung g. Wir liegen damit nahe am Warnwert von 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Bei Achterbahnen, Rennfahrern in der Formel 1 oder beim Red Bull Air Race hört man oft, auf den Körper wirken 2G, 4G und so weiter. Was bedeuten diese Angaben? Beschleunigungen werden oft mit der Gravitationsbeschleunigung verglichen. Eine Angabe von 2G bedeutet, auf den Körper wirkt in diesem Moment die doppelte Gravitationsbeschleunigung. Was bedeutet das für unseren Tennisball? Auf den fallenden Tennisball wirkt die einfache Gravitationsbeschleunigung, also 1G. Würden 3G auf ihn wirken, so wäre die Zusatzgeschwindigkeit, die der Ball erhält, dreimal so groß. 3G